Vielleicht das nächste Mal. Es ist noch ne zweite Folge. Meine Güte. Äh, ja. Äh. Pfff. Betätig einfach gar nix. Richtig. Donkey. Shunky. Äh, das werd ich nicht schaffen, hm? Toll, ey, 29. Ich brauch 50. Äh, äh, nein, noch nicht gesehen. Du bist ein scheiß verfickter Erfe. Ja, neuer Versuch. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Okay, okay. Ah, okay, nochmal. Ja, du brauchst ihn mir aber bitte nicht. Halt die Fresse, Quarks, ey. Halt einfach deine Klappe. Und hör auf, in die verfickte Kamera zu winken. Danke. Aus dem Alter sind wir, glaub ich, raus. Jetzt hab ich das nicht betätigt. Ja, immer schön drei Münzen verlieren. Das ist ja... Das ist ja auch richtig so. So macht man das ja auch. Ähm, ach, ey, Junge. Hallo. Danke. Ah, jetzt schaffen wir das aber. Ich, ich seh das schon. Ich seh das schon. Ich, äh, hab jetzt mehr Ahnung und spring über Münzen und... Ach du Scheiß. Tätige die Scheiß jetzt blocken. Okay. Oh. Da war noch eine. Ich weiß nicht, wofür die hinführt. Schon im Geheimweg, glaub ich. 3000 Münzen. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt schon 31. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Hör auf, in die Kamera zu winken. Wenn ich eins unterlassen soll, dann ist es in die Kamera zu winken. Äh, da kommt gleich eine Kollmann. Ein paar Münzen noch. Gott. Dass man manchmal überhaupt nicht reagieren kann. Was? Ich bin da... Mann. Ne, 18 fehlen mir noch. Das wird nix, das wird nix. Das wird wieder nix. Baum. Komm. Durch. Komm. Oh Mann. Gruzifix. Hallo. Ey, ich stand da. Mann. Fick dich. Ich bin irre, gibt's hier... Ja. Das, das gibt's da. Schön. Und, ja, wieder... Och, hier haben wir schon mal nur 8 fehlen mir. Ups. Mein Grabber. Ey, Grabber, bleib liegen. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich nehme was mit Grabber auf. Aber der rutscht hier gerade rum. Ja. Und ich habe gerade auf meinen Tisch gekloppt. Weil mir... Das ist jetzt schon wieder... Ich komme in den Wunderwald rein. Ist hier in Ordnung, ja? Es ist super schön, der Wunderwald. Der fängt an so hoch. Ja, schön, Pilze, Gras, alles schön. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich gleich das verkackteste Minispiel, das es hier gibt. Hör auf, in diese verdammte Kamera zu winken. Geschenke, ja? Sonst hast du ein ganz großes Problem. Ja, ich habe jetzt auch schon ein großes Problem. Toll. Ja, ich rase ja auch mit so viel... Geschwindigkeit dagegen. Habt ihr ja recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hörst du? Stirb einfach. Danke. Krusher, oder wie du auch immer heißt. Ich weiß es nicht. Oh. Hm. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Schön. Festet man mal was Neues. Ja, aber nein. Das ist natürlich die Glocke des Todes, die hier alles klaut. Ist es nicht wahr. Mein Gott. Ich habe da gerade schon wieder ein paar Münzen nicht gekriegt. Oh Mann. Ich kann mich wieder aufregen. Ähm. Drüber. Aufweichen. Mühe geben. Oh Mann. Ich will noch ein paar Münzen. Der hat mich nicht mal erwischt. Oh. 15 brauche ich, ey. Und es gibt bestimmt nicht mehr so viele. Hm. Hör auf. Wenn ich einen Schank hier jetzt noch einmal in die Kamera lande, dann mache ich das schon nicht mehr. Dann muss ich das irgendwie ein anderer machen. Ja. 42. 43. Jetzt komm. Ganz vorsichtig. Ja. Weichen noch ein paar aus. Wir brauchen nicht so viele. Ey. Nein. Mann. Ihr Tricks Typen. Ja. Oh. Ich brauche noch 5. Ich brauche nicht mehr viele. Oh. Oh. Es ist nicht wahr. Baby. 2. Fick dich. Fick dich, Mann. Fick dich. Halt die Fresse, du Affe. Nicht Affe. Vogel. Meine Güte. Dieses drecksverkackte Minispiel hier. Ich will diesen Dronenkang nicht nochmal sehen. Ich habe ihn hundertmal gesehen. Ich kann es auch nicht wegklicken. Ich drehe durch. No. Hör auf in die verfickte Kamera zu glotzen. Ey. Nö. 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 Es ist herrlich. Es ist herrlich. Ja. Bestes Spiel der Welt. Was habe ich mir da nur angetan? Halt die Fresse, du Kollenkopf da. Verschwinde. Aua. Explodier. Mann ey. Eine ganze Folge. Ja. Scheiß hier. Die Glocke. Auf der falle ich jetzt auch nochmal rein. Ja. Hälfte. Zack, zack. Ich werde es jetzt schaffen. Kommt, Mann. Ich soll mich nicht so viel aufregen. Och. Fick dich. Oh Mann. Jetzt haben wir doch mal paar... Ey. Warum sind die... Meisten alle so weit oben? Ja. Fuck you. Nö. Danach höre ich auf. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, höre ich einfach auf. Ich habe einfach keine Lust mehr. Nö. Es ist schon wieder schön, toll, super Spiel. Ein Arschtritt nach den anderen verpasst das Spiel mir. Ein Arschtritt nach den anderen. Das ist so super toll. Super toll. Super toll. Super toll. Ja, ich bin ja auch nicht drüber gesprungen. Es ist ja klar. Ich war ja... Ihr Feilttyp. Nein. Ihr seid mal ganz gut. Es ist nicht doch... Ey, leck. Leck mich, Spiel. Leck mich. Schnell. Die Seite auf die Seite. Einsammeln den Scheiß. Und Banane abholen hier. Gib mir die verfickte Banane. Boah. Entschuldigung, aber... Nö. Ich bin anscheinend zu doof für das Spiel. Es scheint einfach so. Gibt es hier noch was? Nein. Hm, da kann Shunky rein. Dann gehen wir aber mal hin. Ja, man kann ja auch irgendwie auf Nacht... In einigen Sachen kann man nur nachts rein und so. Das ist halt... Tür auf. Reingehen. Gucken. Zwei Minuten haben wir noch. Ich wurde angeschrieben. Okay, das ist das Zeug. Ja, ja, ja. Das ist alles okay. Alles nur für... Für die gute alte... Für die kleine Tiny. Ja gut, dann mach ich jetzt Schluss. Also ich guck jetzt nicht weiter rum, aber... Nicht viel geschafft, eine Folge der... Eine Banane in der Folge, aber was soll's. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Donkey Kong 64. Bis dann. Bis dann.